so meine lieben jetzt geht es zum nachtisch video doris doris was gibt es leckeres zum nachtisch gegrillte bananen und was ich gerade in der küche gesehen habe du hast ohne mich angefangen ja und das schauen wir uns jetzt an da haben wir die bananen aufgeschnitten die schale und aufgerollt und das ist eigentlich schon das ganze an vorbereitung nehme ich an ja und so kommen die nachher erst mal auf den grill also könnte sein dass das nachtisch video etwas kürzer wird aber es ist ein video und ein leckeres definitiv manfred manfred was hast du da auf dem kopf komm aus dem kanal und die werden wie gesagt einfach jetzt bloß hier so auf dem grill gelegt und dann warten wir einfach bis sie fertig sind aber das ist gut grill mit beleuchtung und manfred auch mit beleuchtung mal komm mach mal deine leuchte an hey du bist ein stirnleuchter besser als ein armleuchter nachts mit beleuchtung wie sehen die bananen aus mittlerweile okay die blubbern vor sich hin die schale ist schon braun aber ja müssen definitiv noch weicher werden die leute ich glaube die bananen sind fertig gehen wir mal hinterher bananen das was man haben muss oh ja oh ja doch die sehen gut aus aber wir sehen sie gleich drinnen nochmal im licht jetzt wird noch schön angerichtet leute lassen wir uns überraschen wenn es fertig ist jetzt arbeiten sie wieder alle zusammen hier ja bist du für das deko zuständig was denn die sahne durch die wärme ja auch in diesem video ganz viel gelacht sie trotz allem gut aus ja und unter der farne versteckt sich glaube ich noch ein honig und jetzt probieren wir natürlich gleich noch die banane hier ich hoffe es schmeckt auch so bananenschale sup also ich bohr hier jetzt einfach mal in die bananenschale rein ein bisschen sahne mit banane einwandfreie banane lecker so meine lieben gestern abend so voll gefuttert gewesen und nach dem nachtisch sowieso bin ich nicht mehr zum video gekommen hier mittlerweile leider die aufbruchstimmung spatzel ja wir müssen gucken wie wir es dann demnächst wieder machen richtig ja leider wird wir fahren jetzt erst einmal zum bahnhof und dann komme ich nochmal her und ja dann sehen wir nochmal doris und manfred so machen wir das jetzt ganz einfach ganz schnell richtig richtig und du kannst dir dann zu hause angucken was wir gesprochen haben ja so leute jetzt gerade noch mal schön teramisu gegessen lecker 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 und die bananen waren gestern sehr gut hervorragend und leider muss ich jetzt auch wieder fahren wir haben es jetzt schon wieder 20 nach zwei hilft nichts es war mir wieder ein vergnügen hat uns gefreut und ich hoffe manu und meine wenigkeit mit anhang herzlich willkommen ich denke es gibt schon noch ein paar schöne wochenenden denke ich auch also leute das war es dann mit diesem video wir sehen uns tschaukowski tschüss tschüss tschüss